Kennt ihr noch das Lied von dem Kanonier vom Gemissl aus dem Ersten Weltkrieg, wo gegen den Zaren gefochten worden ist? Bei der Kanone dort. Bei der Kanone dort, lud er in einem Tor. Bei der Kanone dort, lud er in einem Tor. Eine Kugel kam bei Hände, riss vom Leib in beide Hände, und er stand weiter dort und lud in einem Tor. Eine Kugel kam bei Hände, riss vom Leib in beide Hände, und er stand weiter dort und lud in einem Tor. Bei der Kanone dort, lud er in einem Tor. Bei der Kanone dort, lud er in einem Tor.